Hallo ihr Lieben, heute ist mal wieder Zeit für ein kleines Schminktutorial und zwar geht es heute um die Augenbrauen. Ich mache das aktuell mit diesen beiden Produkten hier am liebsten und zwar ist das einmal von Alverde das Augenbrauen Gel in Blond und auch von Alverde den Stift in Blond. Im Grunde könnt ihr das auch mit einem Lidschatten machen, also einfach Lidschatten und auch mit einem Pinsel auftragen, aber ich finde die zwei Produkte hier eigentlich sehr praktisch, weil ich die immer mitnehmen kann und gerade so einen Stift habe ich meistens nochmal in der Tasche und immer dabei und dann geht es immer ganz schnell. So und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Und gehe erstmal so ganz einfach mit dem Bürstchen hier drüber. So, entweder kann man es jetzt schon so lassen, wenn man es einfach ganz natürlich möchte oder man geht nochmal ein bisschen mit dem Stift nach, das mache ich jetzt gleich. Um noch ein bisschen die Kontur quasi ein bisschen akkurater zu machen, weil ich finde eine gut gemalte Augenbraue, die rahmt einfach das ganze Gesicht nochmal schön ein. An der unteren Kontur leicht entlang. Und jetzt nochmal das Ganze von oben. So, wenn es schön ist, weil die durchstücken, ist vorne nochmal ein Blitz hier dabei. Okay, deswegen ist es gut praktisch, wenn wir unterwegs sind, dann kann man auch vielleicht rüberflösen. Das Ganze von oben. Denn, warum machen wir jetzt gleich da? Kommt auch zusammen. Und ich fühle mich aus. Und so sieht es jetzt aus, wenn beide fertig sind. Und ich finde einfach, das gibt dem Ganzen nochmal eine schöne Definition und macht das Ganze gleich viel schöner. So, jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen zweiten Adventssonntag und wir gehen gleich nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.